Krieg in Gaza. Israel rückt auf Rafa vor und hat die Kontrolle der wichtigen Grenzanlage nach Ägypten übernommen. Auf seiner Europareise ist Chinas Präsident Xi Jinping in Serbien angekommen. Geplanter Mord an Zelensky. Zwei Ukrainer unter Verdacht. Israel hat eine Militäroperation in Rafa gestartet. Die israelische Amerik rückt vor und hat die Kontrolle auf der Palästinensküche und Seite der wichtigen Grenzanlage nach Ägypten übernommen. Diese ist auch eine bedeutende Rode für humanitäre Hilfe. Das sei ein wesentlicher Schritt, um die Hamas militärisch und wirtschaftlich zu zerstören, sagte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Und er hat die Frage sehr. Die Frage ist ein sehr. Es ist ein sehr wichtiges Schritt, um die Schleifung der Zweifel auf die Hamas zu erreichen, um die Schleifung der Terror in Rafe. Hunderten Familien fliehen derzeit aus Rafa in andere Gebiete in Gaza, berichtet UNICEF. Das Kinderhilfswerk versucht weiterhin, den Kleinen in Gaza zu helfen. Es sei aber immer schwieriger, diejenigen Gebiete zu erreichen, wo die Hilfe am meisten gebraucht wird. Laut Angaben der USA handelt es sich in Rafa jedoch nicht um die große Bodenoffensive, mit der Israel gedroht hat. Die Offensive auf Rafa wird heftig kritisiert, weil rund 1,4 Millionen Palästinenser dorthin geflüchtet sind. Die meisten von ihnen wohnen in Zeltlagern. Vielen mangelt es an Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Hilfe. Unterdessen haben die USA eine Bombenlieferung an Israel wegen Bedenken über die Operation in Rafa ausgesetzt. Israel zufolge ist die militant-islamistische Hamas in Rafa stationiert. Hamas wirft Israel wiederum einen Verstoß gegen internationales Recht vor. Der Grenzübergang in Rafa ist derzeit für Lastwagen gesperrt. Damit Hilfsgüter weiterhin in den Gaza-Streifen gelangen können, hat Israel am Mittwochmorgen den Grenzübergang Kremschalom unter internationalem Druck erneut geöffnet. Diesen hatte Israel in der vergangenen Woche geschlossen, nachdem die Hamas Raketen darauf abgefeuert hatte. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist zu seinem Staatsbesuch in Belgrad eingetroffen. Am Flughafen wurden er und seine Frau vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic begrüßt. Der Besuch fällt auf den 25. Jahrestag der Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad durch NATO-Truppen während des Jugoslawien-Kriegs. Der Vorfall wirkt sich noch immer auf die chinesisch-amerikanischen Beziehungen aus. Auf seiner ersten Europareise seit fünf Jahren war Xi schon in Frankreich und wird weiter nach Ungarn reisen. Ziel der Reise ist es, die Beziehungen in einer Zeit globaler Spannungen neu zu beleben. Am Belgrader Flughafen wurde Chinas Präsident von einer Ehrengarde der serbischen Armee und von traditionellen serbischen Tänzen empfangen. Der ukrainische Sicherheitsdienst hat bekannt gegeben, dass er ein für den FSB, den russischen föderalen Sicherheitsdienst operierendes Agentennetzwerk, zerschlagen habe. Zwei Oberste der Nationalgarde der Ukraine sollen den Mord des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy und anderen hochrangigen militärischen und politischen Persönlichkeiten in der Ukraine geplant haben. Zelenskyy hat sich während des Krieges mit Russland als ernst zu nehmen der Gegner entpuppt. Ihm ist es gelungen, Waffen und finanzielle Hilfe aus dem Westen zu bekommen, damit sein Volk sich gegen den stärkeren und größeren Kriegsgegner Russland verteidigen und behaupten kann. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, ihnen wird Hochverrat und die Verbreitung eines Terrorakts vorgeworfen. Laut einer exklusiven Euronews-Umfrage zur Europawahl hat die rechtspopulistische Partei AfD gute Chancen auf dem zweiten Platz zu landen. Sozialdemokraten aus Deutschland und Europa erklärten bei einem Demokratiekongress in Berlin, dass eine Zusammenarbeit mit Rechtsaußen für sie ausgeschlossen sei. Ist diese klare Linie genug, um den Aufstieg der Extremrechten in Europa zu bremsen? At least they are now acknowledging what threat the far-right proposes to democracy and the people living in Germany. But of course a lot of mistakes were made in the past by not fully acting up on right-wing extremism, especially concerning the juridical branch, a lot of crimes that have remained unpunished. And that of course leads to a new self-consciousness of the far-right, because if people are not punished for their crimes, they can repeat them and they feel in a way empowered. Anfang dieses Jahres versammelten sich hunderttausende Menschen in ganz Deutschland, um gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Viele befürchten, dass die AfD die Verfassung und die Lehrpläne an den Schulen ändern und neue radikale Gesetze einführen könnte. Die Mehrheit ist gar nicht auf der Seite derjenigen, die die Gesellschaft spalten wollen. Aber sie nutzen aus, dass wir in Zeiten leben, die von Unsicherheit geprägt sind. Die SPD wirft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein gefährliches Taktieren vor. Die CDU-Politikerin hatte kürzlich eine Kooperation mit der rechtsgerichteten EKR-Fraktion nicht ausgeschlossen. Für die SPD undenkbar. Aber promisieren, nicht zu kooperieren, ist nur ein Stück der Puzzle. Mainstream-politische Partien müssen zu hören, die Menschen zu hören, die auspiringen in Kosten, die viele zu erinnern, durch die Protest-Vote zu erinnern. Liv Stroud, in Berlin, für Euro News. Die EU sollte ihre Migrationsabkommen mit nordafrikanischen Ländern überarbeiten, so Nicola Schmidt, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei den nächsten Europawahlen. in einem exklusiven Interview wie Euro News. We are spending now huge amounts of money, giving this money to different regimes or governments, like the Tunisian government. We know that the authorities there are really treating very badly the refugees. We have still the problem in Libya, where there is no real, well, there is a government, there are even two governments. We have the question in Egypt. So I'm quite reluctant with this kind of deals, which happens. Would you want me to revise them or even to counsel them? Yes, I think we have to revise them and see what can be done. Schmidts Position steht im Gegensatz zu der seiner jetzigen Chefin, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die darauf drängte, diese Abkommen zu unterzeichnen, stark unterstützt von namentlich der italienischen Regierung. Schmidts kritisierte auch von der Leyen's Öffnung für die Zusammenarbeit mit der rechtskonservativen EKR-Fraktion und forderte, dass alle rechtsextremen Parteien von der nächsten Mehrheit ausgeschlossen werden sollten. I noticed that with EPP they make some very special distinction between extreme right and extreme right, the decent extreme right and the paria extreme right. Well, when I look at the so-called decent extreme right, who are these people? They are Vox, they are Franco admirers, they are Mussolini admirers, they are a peace party who was about to abolish the rule of law in Poland and was sanctioned by the commission. So where is the decent extreme right? There is none. There is none. And that's why there is no way to have any arrangement. Das vollständige Interview mit Nicola Schmidt wird nächste Woche im Magazin Global Conversation auf Euronews ausgestrahlt. Steht die deutsch-französische Freundschaft auf der Kippe? Macrons Ankündigungen, französische Soldaten in der Ukraine nicht auszuschließen, kam beim Nachbarland nicht gut an. Europa und die NATO werden keine Soldaten in die Ukraine schicken, bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz als Reaktion auf Macron. Auch die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine sorgt für Spannungen. Deutschland war anfangs eher zurückhaltend bei der Lieferung. Doch die Situation hat sich geändert. Nach Angaben des Kieler Instituts ist Deutschland heute der zweitgrößte Lieferant von Hilfsgütern an die Ukraine. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat der deutsche Bundeskanzler angekündigt, 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Armee bereitzustellen. Diese Ankündigung hat Paris überrascht. Ein weiterer Dorn im Auge der deutsch-französischen Beziehungen ist die European Sky Shield Initiative. Das von Deutschland initiierte Projekt, an dem 21 Länder beteiligt sind, besteht aus deutschen, amerikanischen und israelischen Systemen. Frankreich ist an dem Projekt nicht beteiligt. Der Krieg in der Ukraine scheint also die bereits bestehenden Spannungen zwischen Paris und Berlin zu verstärken. Trotz dieser Meinungsverschiedenheiten betonen Experten den Fortschritt bestimmter gemeinsamer Projekte im Verteidigungsbereich, wie beispielsweise ein geplanter neuer deutscher-französischer Panzer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017